meine geduld nicht auf die probe radowid und damit ein herzliches willkommen zurück zu gewinnt ja wir sind kurz vor zehn leute wir sind kurz vor zehn wir sind kurz vor c ok dudo schmeißen wir raus ok zwergen sind am oma noch mal noch mal ein ist das wollte ich doch ja nicht machen ist natürlich jetzt nicht alles so perfekt was wir jetzt hier auf der hand haben aber was ich weiß mal die nummer aus okay so wir müssen jetzt aufpassen dass man nicht gleich wieder ausspielen sondern wir spielen erst mal den hier aus und heute haben wir in der gold karte die wir hatten wir haben natürlich jetzt bekommen hat wird schaden macht außer eben schick nähe der auch nicht drei und einschaden und dann haben wir auch gleich auf ok dann pass auf dann machen wir das so wenn man jetzt die schweiz pushen den hier oben und dann immer immer den und dann immer den erstmal raus hilft ja nicht dann werden wir über den zwerg ausspielen mit zähigkeiten wenn man den pushen weiter besser wird 3 und 1 dann die schlacht kaum erwarten so dann spielen wir unseren zwerg aus ok bin mal gespannt wurde jetzt hier halt hinführt bin tatsächlich ein bisschen gespannt mit rechnen sollen ich überlege jetzt gerade ob wir passen oder weil er noch die sie mal jetzt hier ausspielen und dann kriegt er oben noch mal drei oben hoch was ist das machen was ich meine zunge damit zu strapazieren ja ich dachte ich habe gerade die falsch genommen so dann machen wir noch so meine güte das ist nicht ein tag so aber jetzt pushen pushen war wollte ich gerade sagen passen war aber noch 13 und old wird immer noch mit rüber sind ja auch noch ein paar wenn er denn fertig wird in den kerker mit ihm nicht übel gar nicht übel hatte ich bin nicht in scherzlaune so du lassen wir hier spiele die seine sofort aus seinem deck aus wenn ein muni gern das ist nicht so schlimm haben wir ja noch ein süd gemacht noch ein paar sachen was machen wir denn jetzt bist du einer der unseren oder nicht jetzt klonen hätte ich jetzt natürlich auch gemacht ähm war vielleicht ein bisschen früh für mich überlegen ja doch 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 wenn da eigentlich halt so weit in südien weil die hat jetzt elf ne oh nice ich bin so müde ich will ungern ich gehe da hin wo ich hin muss okay das sieht ja ganz gut aus so werden nur du aber du du könnten jetzt eigentlich austauschen ja wir tauschen du du aus reden mit menschen noch mal 8 nicht übel gar nicht übel geht doch nicht geht doch nicht wenn es eng wird ich würde was noch interessieren aha ist in ordnung so und kommt die letzte spieler ohne aus elfengeschwätz nicht übel gar nicht übel aber tatsächlich punkte unterschied macht von den xp her so hat jemand entschönet meteoriden staub und wegen 50 xp und leistungen noch mal ein bisschen und wir sind kurz vorzüge geil sehr schön okay dann jemand gleich mal in die nächste runde damit war richtig die deck auf dem kasten haben müssen wir das mal und wir auch wirklich alle drauf haben so gut sein soll sehr schön coole sache freut mich gerade ein kleines bisschen freut es mich muss ich ja hier stehen ne oh cool das erste mal ranket ey wow gucken wie hart das wird lass mal sehen vielleicht ist es die nächste folge oder da drauf die folge erst da müssen wir mal sehen ich hoffe die nächste folge weil ich nehme ja bis vier folgen heute auf das heißt dramatisch warten das wäre natürlich unschön aber vielleicht ist es ja auch so dass ach ne 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 so machen wir das schon ja auch nicht wenn wir auf stufe 10 sind dann nehmen wir aber noch nicht in den ranket modus in der folge dann quasi also hofft dass wir jetzt stufe 10 werden aber das ist wahrscheinlich ein bisschen sehr weit hergeholt vorwärts Söhne Nilfgaards Jan Kallweit Markham wurde nicht an einem Tag verbaut okay so was haben wir denn hier so schön okay 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 so verbessern verbessern alter dreimal verbessern ist ja hart können wir da immer austauschen eine gold karte haben wir auf der hand du schmeißen wir raus und so schmeißen wir immer hiervon raus jawohl jawohl haben wir wenigstens mal immer Zähigkeit bekommen das war schon mal sehr sehr gut äh verschieber eine einheit ne 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 den 10 zwerg will ich eigentlich noch nicht ausspielen aber es bleibt fast sonst gar nicht anderes übrig aber wir werden es tatsächlich so machen dass wir die jetzt hier ausspielen und versichert ein swiss nee nilfgat 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 Nein, jetzt hatte ich fast die falsche, ich spielte. So. Eine haben wir davon noch. Spielst du diese Einheit auf deiner Seite aus kräftigen Sieg um drei? Ach so, Spiel ohne Arsch. Quasi, was machen wir denn da? Die, 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 die. Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? So. Und dann werden wir den hier ausspielen. Denk ich mal, ja doch, dann spielen wir die aus. Halt, wo ist denn immer... Die schwächste, das ist denn die, aber das ist nicht so schlimm. Und dann werden wir, glaube ich, passen. Der Koffel stammt mit viel Soße. Oder? Ja doch. Er braucht eine herrenste Menge Karten. Er hat so, um... Nicht übel. Gar nicht übel. Eigentlich habe ich nicht richtig gelesen. Ja, war klar. Das war so klar. Werde ich mich nie dran gewöhnen, glaube ich, ey. Scheibenkleister. Okay. Wir haben zwei Goldkarten, dann schmeißen wir die raus. Ja, das ist okay. Und dann legen wir die gleich aus. Spannend immer, oder? Und ich habe überlegt, ob wir vielleicht doch irgendwie mal so anfangen. Ich hätte richtig Bock auf Heart of Stone. Irgendwie. Disziplin. Aber dann müssen wir mal gucken. Wir sind ja, ob wir vielleicht abwechselnd machen, oder so. Ein Tag, 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 ein Tag und so weiter, ne? Ich habe sie ihn so sehr. Hatten wir ja Glück gehabt, ne? Und wir haben natürlich... Ja, doch, dann können wir den noch nehmen. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Gluier in Herze. Äh, machen wir... Wir müssen zusammenbleiben. Nein, ah, shit! Das sieht nicht gut aus. Da war der Finger schneller wie der Kopf. Welch faszinierender Pfeil. Ja, war auch klar. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Schade. Okay, halt macht er jetzt so. Tu wie an die Gluier. Ja, dass er die dann wieder ziehen kann, aber alles zugeheft. Hmm. Für drei einen Schaden zu. Sie können sich verstecken, aber es gibt kein Entrinnen. Ich mag das voll. Zu diensten. Alter. Nils, Gott! Okay. So. Ja. Das war nicht gepasst, aber ich habe erst überlegt, ob ich überhaupt was passen, ne? Oh, das wird ja zu gewesen, ey. Äh, ich hasse Portale. Okay. Entschuldigt bitte, jetzt hat gerade mein Telefon die Klingel. Sonst kurz, ich muss eins kurz in Nachricht schicken. Äh. Okay, äh, wie haben wir denn hier, einer hätte auf deiner Hand um drei, die tauschen wir aus. Machen wir so. Nicht über, gar nicht über, gar nicht über. Aber keiner benutzt mehr den Text, ne? Okay, hat aufgegeben. Ist ja auch sehr, sehr geil. Find ich toll, ja, schön, kriegt doch trotzdem gutes Spiel. ok leute man entschuldigt bitte aber wir sind jetzt auch schon am ende der folge schade schade ok leute vielen dank fürs zugucken wir sehen uns in der nächsten folge von gwendt wir müssen jetzt ein bisschen schnell beenden ich kriege gerade einen wichtigen anruf glaube ich wir sehen uns in der nächsten folge ich wünsche euch auf jeden fall viel viel spaß heute noch vielen dank fürs zugucken und bis dahin ciao mit v